Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum, 40 Jahre ANL. Auf diesem Weg möchte ich Ihnen meine herzlichen Glückwünsche zu diesem runden Geburtstag übermitteln. Im Jahr 1976 wurde die ANL gegründet und war damit die erste Naturschutzakademie Deutschlands. Heute, 40 Jahre später, ist die ANL eine anerkannte Institution für Forschung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt. Nach ihrem Vorbild wurden seither Akademien in den meisten anderen Bundesländern gegründet. Es gibt noch viel zu tun, wenn wir den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten wollen. Die bisherigen Fortschritte reichen noch nicht aus für die dringend nötige Trendwende. Deshalb brauchen wir auch in Zukunft verlässliche Partner wie die ANL. Sie erforscht Natur und vermittelt wertvolle Erkenntnisse. Sie informiert und bildet Menschen und sorgt dafür, dass Naturschutz fachgerecht umgesetzt wird. Sie motiviert Menschen aktiv zu werden für Natur und biologische Vielfalt und gibt ihnen das nötige Rüstzeug an die Hand. Dafür sei Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ANL und sehr verehrte Mitglieder des Präsidiums, an dieser Stelle herzlich gedankt. Ich wünsche der ANL alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg bei ihrer wertvollen Arbeit und viel Spaß bei den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen.